Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Tales from the Minus Lab. Ein kleines Indie-Game, was mir vor einiger Zeit vom lieben Swift's Waff 785 empfohlen wurde. Hab das nun auch schon ein Weilchen auf der Platte und da dachte ich mir, so, jetzt ist es mal soweit, jetzt zeige ich euch das. Ich würde es einkategorisieren in das Genre Rätsel-Plattformer. Ist ein bisschen schwer zu sagen, nach dem, was ich bisher gesehen habe. Aber das, was ich gesehen habe, macht einen sehr, sehr hübschen Eindruck. Grafisch gefällt es mir ziemlich gut, auch soundtechnisch. Leider ist es halt komplett in Englisch und es gibt keine Untertitel, aber Link ist in der Beschreibung. Ihr könnt es euch jetzt natürlich dann gerne mal anschauen. Ich werde immer ein bisschen zusammenfassen, wenn vielleicht was unklar sein könnte. Hey, Abby, did you get eaten by a bear or something? Ja, ganz kurz was zur Prämisse. Wir sind Abigail Swift, Tochter eines Wissenschaftlers, der wohl für kurzer Zeit verstorben ist. Und unser Bruder Ben hat sich im Labor unseres Vaters umgeschaut und etwas Unordnung angerichtet. Naja, jetzt sagt er, wir sollen ihm bei einem wichtigen Forschungs-Ding irgendwie weiterhelfen. Aber in Wirklichkeit sollen wir wahrscheinlich nur aufräumen. That stuff. Abigail, don't touch this. See? Ja, Stromschlaggefahr. Ja, wir sind die Tochter und dürfen es richten. Ich spiele es aktuell mit dem Xbox Gamepad, wie ihr vielleicht seht. Wo bist du denn? Das besser wäre gut. Aber ich glaube, ich werde gleich auf Maus und Tastatur umsteigen, als alter PC-Gamer. Und die Steuerung hier ist mir ein bisschen hakelig manchmal. Es ruckelt so ein bisschen nach manchmal. Oh, Ben! Der Computer ist auf Feuer! Hallo? So. Ne, ich spähe jetzt mit Maus weiter. Ihr seht, es läuft alles ein bisschen zügiger, ein bisschen flüssiger. Oh, da liegen die Goggles. Well, diese müssen die Ben's mysteriösen Goggles sein. Mhm. Und wir sehen unten sogar noch unsere Quests, wenn man so sagen kann. Der Server ist aus. Schalter den Hebel um, um den Strom wiederherzustellen. Was ist das denn? Ich habe gerade C gedrückt. Keine Ahnung, was ich getan habe. Auf jeden Fall, machen wir mal den Strom an. Oh. Okay, wir haben wieder Power. Ich kann hier alles aufheben und rumschmeißen. Sogar die kleine Matroschka. Guck mal hier. Zack. Und zack. Und zack. Ich glaube sogar, ich kenne die ganz kleine. Ja, soweit. Oh, sie geht. Es geht. Ja, soweit habe ich. Oh, jetzt habe ich es unter den Tisch fallen lassen. Schade. Naja, soweit habe ich es noch probiert. Und dann das Cartridge aufheben. Unter dem Server. So, so. Was für ein komischer Server soll denn das sein, bitte? Na ja, was steht da drauf? Emergency. Hey Ben, ich mache mich mit dem Computer und ich weiß nicht, was ich mache. Bootsequenz. Hat irgendwie was von Kevin allein zu Hause, oder? Hey Mom, ich esse ungesundes Zeug. Komm raus. Ein Film des Teufels. Oh, was steht da? What did I say? Oha. Oha. User 1. Connection lost. New user detected. Projecting atomic compression field. In. 3. 2. Ben, help! What? What just happened? Okay. Ach guck mal, ich kann wachsen und schrumpfen mit L, B und R, B. Mit dem Right-Button und Left-Button. Oha. What just happened? Alles klar, ich habe gerade wieder ein Gamepad in der Hand. Ach, ich spiele es mit Gamepad jetzt weiter. Ist ja wurscht. Wird wohl nicht allzu ansprechend sein. Also ansprechend, anspruchsvoll. Geht das auch wieder? Ach, das geht mit rechter und linker Maustaste genauso. Okay, alles klar. Ich spiele es aber trotzdem mit Gamepad jetzt mal weiter. Wollen wir da rein? Nö. Oh, ich kann springen. Hui! Also wie gesagt, das macht ein sehr farbenfrohes... ...einen farbenfrohen Eindruck. Was steht da drauf? Adventure Times. Okay. Oh, eine Angel. Und Gummistiefel. Oh, guck mal, ich sehe doch schon was. Ahahaha. Ja, dieses komische Nachwackeln, ihr seht, das sieht alles sehr unschön aus. Ich glaube, das ist normal. Das habe ich schon vorhin mal versucht wegzukriegen. Es gibt einige Optionen, die man am Anfang einstellen kann. Ich würde es euch empfehlen, im Fenster zu spielen, weil bei mir hat sich das Fullscreen immer aufgehangen. Oh, mal cool. Und ich finde die Sprecherin super, muss ich sagen. Sie hat eine sehr angenehme und schön klingende Stimme. Ach, warte mal, ich sehe doch schon was. Ah, nee, komm, groß. Ja, guck mal, hier muss ich drüber. Wahrscheinlich muss ich dafür klein sein, sonst kann ich die Sprünge nicht schaffen. Ah, perfekt. Guck mal hier. Ah. Wie ein Meister. Naja, das wird noch einfach sein. Ich weiß gar nicht, wie lang es geht. Ich werde es jetzt einfach mal zocken. Oha. Aber ihr kennt das ja, wie ich das mache bei Indie-Games. Ich werde es nicht ganz durchspielen, wahrscheinlich. Die sind hier nur da, um euch zu informieren, natürlich. Es ist halt, wenn ihr möchtet, dass ich es ganz durchspiele, dann schreibt mir das doch gerne in die Comments. Guck mal, da liegen weitere Cartridges. Spiele! Was ist das? Ich kann es gar nicht lesen. Es ist halt so ein Weichzeichner drüber. Guck mal, das ist ein alter Fernseher mit Drehknöpfen. So einen hatte ich auch mal. Uiuiui. Das war uralt. Das war noch ein Fernseher von meiner Oma. Und der war mindestens, na, nochmal die Hälfte kleiner, glaube ich. Lass mal die Bilder abchecken. Ich habe eben schon gesehen, ich muss wohl durch die Katzenklappe. Aha. Eine Berglandschaft. Ein... Ist das ein Tiger oder ein Leopard? Ich sehe es nicht, ob er Streifen oder Punkte hat. Und ein Vulkan. Oh, die Musik, schön. Ich halte mal kurz die Klappe. Oh, guck mal, da seht ihr übrigens die Symbole. Jetzt bin ich so groß wie eine Gottesanbeterin. Jetzt so groß wie ein Kolibri. Jetzt wie ein Frosch. Es wird ja eine lange Nacht. Alter Schwede, ich bin ja im Labor immer noch. Guck mal. Da unten ist die Matroschka. Ich wusste nicht, dass wir das behalten. Ich bin glücklich, dass er das gemacht hat. So, das dauert mir immer noch. Was? Die Tasse oder was? Hast du dich selbst bemalt? Abigail? Das ist so cool. Vor allem die Perspektive jetzt. Aber ich glaube nicht, dass ich da runterspringen kann. 4 in 1. Ne, was? 4 Inches heißt das. Äh, ich weiß gar nicht. 1 Inch sind doch 2,5 Zentimeter. Kann das sein? 2,5? Da müsste ich ja 10 Zentimeter groß sein, aktuell. 5 und 2,5. Ist das geil. Gefällt mir. Oh. Oh. Well then. Note to self. Trying to shrink inside the server. Is a terrible idea. That's... That's a lot of smoke. Also unser Bruder Ben hat's uns wohl schon vorgemacht. Der hat sich auch in den Server reingeschrumpft. Waaah! 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 Warum bin ich da eben runtergefallen, frage ich mich. Grüß Gott, es sind jetzt offiziell 0 Tage seit dem letzten Arbeitsplatzverlust. Null Tage bis zum letzten Arbeitsunfall, oder? Ja. W- W- Warum? Ha! Nein. Eigentlich, ich glaube nicht, dass ich nachher alles wissen will. Was? Ach, sieh mal, wenn ich kleiner werde, dann werde ich mit der Aufzug auch hochfahren, weil ich zu leicht bin. Ist das geil. Ja! Au. Okay. Runterzufallen ist ja wohl keine gute Idee. Ist keine Option. Ah, schon wieder? Was ist das denn? Warum falle ich denn da runter? Find ich nicht gut. Ja, natürlich. Es ist kein Vollpreisspiel, oder geschweige denn eins, was überhaupt Geld kostet. Aber, naja, sowas sollte eigentlich nicht passieren, dass ich da irgendwo einfach runterplumpse. Ach, guck mal hier. Das ist eine Lampe. Ich dachte eben schon, was ist das? Boah, ist das cool, mal aus so einer Perspektive hier alles zu entdecken. Wer ist da drauf? Mach doch mal das Ding an, komm. Halt hier den Wind. Boah, ist das super. Boah, die Musik finde ich fantastisch gerade. T-t-t-t-t-t-t-t. Oh, oh. Aua. Aber ich habe es überlebt. Frage jetzt nur, wie lang. Oh Gott, das war knapp. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier darf ich nicht sein. Ich habe so das Gefühl... Oh, Abigail. Tut mir leid. Ist keine Absicht, was ich dir hier antue. Glaub mir, bitte. Und, heb. Ich muss versuchen, da irgendwie durchzukommen. Oh, ich komme sogar vorbei in dem Schädel. Was ist falsch mit diesen Goggeln? Vielleicht die Batterien nicht? Okay. Wenn ich Vater hatte, wo würde ich die Batterien? Nicht, dass du so saner oder rational bist, das ist sicher. Ja, wo würde er wohl Batterien aufbewahren? Das ist eine gute Frage. Oh, guck mal, geht es da rein? Tatsächlich. Guck mal, ich bin so winzig. Ich komme hier durch. Wie? Oh, es ist so toll. Es ist so toll. Ich freue mich gerade voll auf das Spiel, was noch so alles kommt. War das jetzt richtig oder hätte ich erst runterfahren sollen? Na, egal. Ich bin auf jeden Fall mal auf der anderen Seite. Ach, sieh mal. Da kann ich sogar Holzbröckchen aufnehmen. Solche kleinen Würfel. Oh, ich wollte nicht kleiner. Guck mal, sie kann es immer noch tragen. Ist ja eine starke Duo, Abigail. Oh, ne, ich wollte ganz groß. Ganz groß. Also zehn Zentimeter ganz groß. Oh. Ach so, es ist nur ein Speicherpunkt. Ich dachte, es kommt jedes Mal eine Nachricht von Ben. Oh, guck mal hier. Mit Luft sogar. Hui. So klein wie ein Insekt. Lassen wir uns einfach mal hier rumpusten. Oh oh. Also so klein wollte ich jetzt auch nicht sein. Puh. Ich habe das wiederum gemacht. Findest du, Abigail? Ich weiß ja nicht. Das war schrecklich. Wenn ich das niemals wieder tun würde, wäre es zu früh. Wenn ich das niemals wieder tun würde, wäre es zu früh. Ja. Wie gesagt, ich stimme eher Ben zu. Also ich finde das auch nicht so prickelnd. Wenn so ein laues Lüftchen mich da rumwehen kann. Ja, genau das. Wenn ich jetzt nämlich... So. Nein, 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 nein. Shit. Okay. Nochmal. Nochmal, nochmal. Oh, der Wind. Ich spüre den jetzt schon, wie er mich zur Seite pustet. Wenn ich jetzt noch kleiner wäre, dann würde ich hier wie ein blaues Lüftchen einfach durch den Raum fliegen. Bis in meinen Tod, da unten. Ja? Keine Nachricht, schade. Oh, guck mal, da gibt es was zu schrauben. Nee, beziehungsweise... Ich muss da rauf. Tschüss. Ja, wir sind zu schwer. Also das Zeug hier, nicht ich, wahrscheinlich. Ui. Kann ich das auch schmeißen oder kann ich es auch von nur rumheben? Naja. Eile mit Weile. Aber solche Ideen... Also, ich würde das sogar als Vollpreis-Spiel kaufen, sage ich euch. Na, nicht als Vollpreis, aber schon... Ah, nein! Oh, wie böse, wie sie auch noch schreit. Ei, ei, ei. Also, ich würde das schon ein paar Euro für hinlegen, möchte ich sagen, ne? Das wollte ich... Ah, nicht schon wieder! Okay, mit Gamepads ist es eindeutig nicht so meins, glaube ich. Aber entscheidet doch selbst. Guck mal, ich kann die auch aufheben und einen Schritt vor, oder? Naja, das geht nicht. Das geht nicht. Ach, komm mal runter. Hä? Ne, willst du nicht? Oh, die Musik ist doch gut, einfach. Ich finde es sehr, sehr schön, dass... ...so, dass das Ambiente... ...durch die Musik vor allem. Ah, ich glaube, sicher ist sicher. Nicht, dass ich wieder springe und die Plattform runterrutscht, so wie eben. Das war ziemlich unangenehm. Kennt ihr das Gefühl, wenn einem der Boden unter den Füßen verschwindet? Ah, ist nicht schön, glaubt mir. Falls ihr es nicht kennen solltet. Uh, nein, nein, nein! Nein, nein! Ah! Das war jetzt gar nicht gut. Ich hänge jetzt... Nein! Oh, verdammt nochmal! Nie schon wieder, das alles. Hä, 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 hä. Okay, das hätten sie... Ah, ein bisschen besser ausklügeln können, Crumbs. So, okay, hat sich erledigt. Ich nehme jetzt wieder Maus und Tastatur. Das ist mir zu doof jetzt. Oh, nicht kleiner. Seht ihr mal, da wollte ich jetzt schon wieder... ...zu viel mit Maus. Das ist man ja gewohnt als Mausspieler. Dass man die Hälfte damit macht. Aber hier ist es tatsächlich nur größer und kleiner. Nicht das Zeug rumheben und wegschmeißen. So. Häpp. Und häpp. Ach, nö. Jetzt komme ich da gar nicht mehr ran, oder was? Oh, ihr wollt mich doch verkohlen. Es tut mir leid, Abigail. Abigail, ich muss es tun. Okay, dann nochmal. Ich hoffe jetzt ein letztes Mal. Hä. Und häpp. Und häpp. Und häpp. So. Ich glaube, bald haben wir es. Und häpp. Ich glaube, eins dürfte langen, oder? Und häpp. Ja. Reicht sogar. Yay. Oh, guck mal. Das ist aber Schleichwerbung, Leute. Die will ich nicht drin haben. Nicht für Alkohol. Dann haben wir es schon wieder. Was ist das denn? Ist das ein Flaschenöffner? Den brauchst du doch nicht für Whiskyflaschen, du. Oha. Wie soll ich das denn da runterkriegen, sag mal? Sieh mal. Das sind diese Spielwürfel. Da hat man so einen Gummiball, den dotzt man auf. Ich kenne jetzt den Namen gerade nicht. Oh oh. Ah, nicht. Nicht glatt machen. Und in der Zeit, wo der Gummiball aufschlägt, muss man diese Dinger ganz schnell aufsammeln. Also, solange in der Luft ist, der gesagt. Guck mal, das Fässchen, das rollt bis da runter. Das ist ja super. Guck mal, ich kann sogar das Buch. Nee, kann ich nicht. Schade. Wo muss ich hin? Muss ich ganz rauch? Ja, scheinbar. Komm, du blödes Buch. Weg mit dir. Runter. So, jetzt bin ich so leicht. Jetzt müsste ich ja eigentlich bis ganz nach oben kommen. Ich wage es nur, wohin. Ich hole mir erstmal den Speicherpunkt, denke ich. Oh Leute, das ist so toll. Fangen die Musik. Ah, schön. Herrlich. Oh ja. Oh, guck mal, hat da einer Dungeons & Dragons gespielt? Oder Pen & Paper? Spacewarped. Wie geil ist das? Kann ich das Flugzeug fliegen? Nee. Der ist auch zu schön. Wow. Kann ich das aufheben? Hallo. Ich möchte gerne nach unten. Nee, diesmal bin ich zu leicht. Ich glaube, ich muss mir ein paar Hilfsmittel holen. Zum Beispiel... Na komm, noch kleiner. Kann ich mir das Flugzeug hier schnappen? Nee. Okay. Okay, dann holen wir uns... Oh nee, daneben geht es ja auch noch rein. Seht mal. Toll, jetzt komme ich nicht mehr hin. Warte mal. In der Luft kann ich mich komischerweise nicht verkleinern. Aber so geht es. Hahaha. Oh, was ist das? Also bin ich doch hier richtig? Ah, ist das... Es ist nicht die Batterie. Was ist falsch mit diesen Dingen? Ich muss ein bisschen Forschung finden. Oder vielleicht könnte ein dieser Experimenten... Vielleicht sollte ich diesen Baum ausprobieren. Die Tafel hat sich selbst nicht aufgewachsen. Den Baum? Ach so, den Baum sollte ich mir ansehen. Gute Frage. Wie komme ich da rüber? Guck mal, ich kann jetzt noch eins kleiner werden. Oh. Jetzt bin ich... Nee, ich kann noch eins größer werden sogar jetzt. Wow, jetzt bin ich groß wie ein Eichhörnchen. Damit komme ich auf der anderen Seite runter. Sorry, Abigail. Es tut mir so leid, das will ich nicht. Oh nein, ich bin zu klein. Ah. Ah. Oh, Schmerz. Oh, Schmerz. Sag mal, ich will springen, aber sie macht es nicht. Kannst du als Eichhörnchen nicht springen, oder wie? In der Größe eines Eichhörnchens, muss man sagen. So, jetzt reicht es aber. Ja, jetzt reicht es. Oh, guck mal, die armen Schmetterlinge da. Kann ich so vielleicht auf das... Aha, sieh mal. Arme Viecher. Kann ich so jetzt vielleicht runterspringen irgendwo, weil ich größer bin? Oder damit vielleicht noch ganz auf den Boden gelangen? Ja, ich glaube, das müsste reichen. Ja, tut's. Wüsste ich auch überleben. Ah, aua. Überlebt ist überlebt. So, was haben wir denn hier? Einen Speicherpunkt? Blim, blim. Au. Was ist das? Ist das eine... Es ist eine kleine Brücke. Echtet, Dad? Oh. Eine winzige Brücke, so, so. Ähm, ich will aber den Schlüssel haben. Ich kann mir denken, dass der mir weiterhilft, oder? Yes. Was? Eins von 31? Oh Gott, Leute. Versucht doch mal selbst, ob ihr sie findet. Vielleicht habt ihr ja mehr Erfolg. Ich glaube nicht, dass ich sie alle finde werde. Ich werde sie nicht finden. Na komm, kann ich so da rein schon? Irgendwie ist die Anzeige gerade ein bisschen am Spinnen hier neben. Hier geht's ja gar nicht weiter. Okidoki. Nee, dann wird's ja auch nicht weitergehen. Äh, vielleicht da vorne auf den Tisch. Das könnte eine Möglichkeit sein, oder? Ja, doch. Das sieht gut aus. Und hepp. 31 Schlüssel. Ich glaube, es hackt. Vielleicht hier irgendwie an dem... Äh, an der Schraubzwinge? Auch nicht. Wie kann ich denn hier weiter, sag mal? Ah, wie cool. Muss man sich halt mal vorstellen. Die ganzen Dimensionen sind komplett vertauscht. Äh, na lecker. Oh, da ist noch ein Schlüssel. Hahaha. Das Röhrchen kann ich damit... Oh, lecker, alter Toast. Apfelgrieche. Yeah. Mmh. Köstlich. Vitamine. Oh, guck mal. Ich hab das Matroschka-Püppchen gefunden, was ich hab fallen lassen. Yay. Ich dachte eben, schwebt es in der Luft. Was ist das denn hier überhaupt? Komm mal, Gaglern. Ich bin tall und 4,6 Meter. Oh, großartig. Das ist, weil der Server, nicht wahr? Eine Diskette. Yay. Boot disk. Sehr schön. Whoa. Oh, das ist so ein wehrer Gefühl. Was? Warte, ist das recording? Äh, Experiment Nummer 1. Äh, successvoll. Weiteres Testung braucht, um die vollständige und hohe Geschwindigkeiten zu entscheiden. Ok Leute, ich finde das echt fantastisch, dieses Spiel Auch wenn ich gerade überhaupt keine Ahnung habe, was ich hier tue Oh, da ist doch was Komm Lass mich mal da rein Wenn ich da irgendwo raufkäme Ich glaube nämlich, da drin ist etwas, was ich gerne haben will, oder? Nein, vielleicht Lass mich da rein Nein, ich will da rein Ich will da rein Ich will das Teil haben, was da liegt, was auch immer es ist Aber irgendwie geht das nicht, schade Ich muss den Baum raufkommen, aber wie um Himmels Willen Wie soll das gehen, du? Aua Aha Vier von einunddreißig Ich mache mich langsam Da muss es doch irgendwo Ja super, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Leute, ich komme hier nicht mehr raus Es sei denn da drüber Ne, auch nicht Das gibt es doch gar nicht Ach hier vielleicht, warte Warte, warte, warte Noch nicht die Flinte ins Korn schmeißen Doch Okay, aber Leute Ich würde sagen, ich beende den Part Oder beziehungsweise auch das Spiel an sich Denn ich bin gerade echt in der Sackgasse, glaube ich Ich bin vielleicht noch nicht so weit Dass ich hier hätte runterfallen dürfen Das mache ich eigentlich mit C Guck mal, wenn ich C drücke, dann Dann ist die Steuerung total konfus Dann bin ich auf dem Kopf Warte mal, vielleicht komme ich ja so hier raus Ne, also mit C ist alles total verquer Hier, ihr seht's Nicht C drücken Beziehungsweise mit dem Gamepad weiß ich auch nicht Na gut, Leute Ich weiß noch nicht Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen Spielt es doch mal selbst Wie gesagt, alles in der Beschreibung Was das Herz begehrt Vielleicht auch mein Facebook Ich weiß noch nicht, ob ihr da interessiert seid Auf jeden Fall Ja, macht ja keinen Sinn mehr hier Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute Ich bin der Bru Ich wünsche euch was Schönes Macht's gut und tschüss, tschüss